Ich lese die Zeitung am Morgen. 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 Ich besuche regelmäßig meine Familie. 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 Ich bestelle Essen, wenn ich keine Zeit zum Kochen habe. Ich bestelle Essen, wenn ich keine Zeit zum Kochen habe. Ich bestelle Essen, wenn ich keine Zeit zum Kochen habe. Ich putze meine Schuhe vor dem Ausgehen. Ich putze meine Schuhe vor dem Ausgehen. Ich putze meine Schuhe vor dem Ausgehen. Ich nehme Vitamine jeden Tag. Ich nehme Vitamine jeden Tag. Ich nehme Vitamine jeden Tag. Ich spiele Gitarre in meiner Freizeit. 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 Ich lerne neue Rezepte zu kochen. Ich lerne neue Rezepte zu kochen. Ich lerne neue Rezepte zu kochen. Ich gehe zur Post, um Briefe zu versenden. Ich gehe zur Post, um Briefe zu versenden. Ich gehe zur Post, um Briefe zu versenden. Ich besuche Kunstgalerien am Wochenende. 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 Ich organisiere meine Dokumente im Büro. 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 Ich trinke gerne Smoothies zum Frühstück. 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 Ich gehe zum Friseur alle zwei Monate. Ich gehe zum Friseur alle zwei Monate. Ich putze die Fenster im Frühling. 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 Ich schicke Postkarten an meine Freunde. Ich schicke Postkarten an meine Freunde. Ich schicke Postkarten an meine Freunde. Ich repariere kleine Dinge im Haus selbst. Ich repariere kleine Dinge im Haus selbst. Ich repariere kleine Dinge im Haus selbst. Ich nehme an Sportkursen teil. Ich gehe früh aus dem Haus, um den Bus zu nehmen. Ich gehe früh aus dem Haus, um den Bus zu nehmen. Ich telefoniere mit meinen Eltern jeden Tag. Ich telefoniere mit meinen Eltern jeden Tag. Ich telefoniere mit meinen Eltern jeden Tag. Ich koche Suppe, wenn es kalt ist. 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 Ich lese Nachrichten auf meinem Handy. 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 Ich mache einen Spaziergang nach dem Abendessen. 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 Ich kaufe Obst und Gemüse auf dem Markt. Ich kaufe Obst und Gemüse auf dem Markt. Ich kaufe Obst und Gemüse auf dem Markt. Ich lade Fotos auf sozialen Medien hoch. 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 Ich besuche Museen in meiner Stadt. Ich lade Fotos auf soziale Medien hoch. Ich lade Fotos auf soziale Medien hoch. Ich lade Fotos auf soziale Medien hoch. Ich schreibe Briefe an meine Großeltern. Ich schreibe Briefe an meine Großeltern. Ich bringe mein Auto zur Werkstatt. Ich bringe mein Auto zur Werkstatt. Ich bringe mein Auto zur Werkstatt. Ich mache jeden Tag mein Bett. Ich mache jeden Tag mein Bett. Ich mache jeden Tag mein Bett. Ich übe Klavier am Nachmittag. Ich übe Klavier am Nachmittag. Ich übe Klavier am Nachmittag. Ich plane meinen Urlaub für den Sommer. Ich plane meinen Urlaub für den Sommer. Ich plane meinen Urlaub für den Sommer. Ich gehe zum Zahnarzt für eine Kontrolle. 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 Ich sammle Rezepte aus Zeitschriften. Ich sammle Rezepte aus Zeitschriften. Ich sammle Rezepte aus Zeitschriften. Ich spreche mit meinen Nachbarn. Ich spreche mit meinen Nachbarn. Ich spreche mit meinen Nachbarn. Ich mache Online-Einkäufe. Ich mache Online-Einkäufe. Ich mache Online-Einkäufe. Ich mache Online-Einkäufe. Ich gehe zum Yoga-Kurs am Abend. 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 Ich koche Pasta für meine Familie. Ich koche Pasta für meine Familie. Ich koche Pasta für meine Familie. Ich nehme an einem Buchclub teil. 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 Ich sehe mir Dokumentationen an. Ich sehe mir Dokumentationen an. Ich sehe mir Dokumentationen an. Ich besuche Konzerte in meiner Freizeit. Ich besuche Konzerte in meiner Freizeit. Ich besuche Konzerte in meiner Freizeit. Ich schreibe Gedichte als Hobby. Ich schreibe Gedichte als Hobby. Ich schreibe Gedichte als Hobby. Ich male Bilder am Wochenende. Ich male Bilder am Wochenende. Ich male Bilder am Wochenende. Ich gehe mit meinem Hund Gassi. Ich gehe mit meinem Hund Gassi. Ich gehe mit meinem Hund Gassi. Ich lerne eine neue Sprache. Ich gehe mit meinem Hund Gassi. Ich lerne eine neue Sprache. 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 Ich organisiere Partys für Freunde. 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 Ich arbeite im Garten im Frühling. 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 Ich trinke Kaffee mit meinen Kollegen. 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 Ich lese Kinderbücher mit meinen Kindern. 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 Ich platze das Bad am Samstag. Ich putze das Bad am Samstag. Ich putze das Bad am Samstag. Ich putze das Bad am Samstag. Ich gehe zum Schwimmen ins Hallenbad. Ich gehe zum Schwimmen ins Hallenbad. Ich gehe zum Schwimmen ins Hallenbad. Ich schreibe meine To-Do-Liste für den Tag. Ich schreibe meine To-Do-Liste für den Tag. Ich schreibe meine To-Do-Liste für den Tag. Ich gehe in die Bibliothek, um Bücher auszuleihen. Ich gehe in die Bibliothek, um Bücher auszuleihen. Ich gehe in die Bibliothek, um Bücher auszuleihen. Ich besuche meine Eltern jeden Sonntag. 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 Ich nehme an Online-Kursen teil. Ich nehme an Online-Kursen teil. Ich nehme an Online-Kursen teil. Ich backe Brot zu Hause. Ich backe Brot zu Hause. Ich backe Brot zu Hause. Ich kaufe neue Pflanzen für den Garten. Ich kaufe neue Pflanzen für den Garten. Ich kaufe neue Pflanzen für den Garten. Ich mache Fotos von der Natur. Ich mache Fotos von der Natur. Ich mache Fotos von der Natur. Ich treffe mich mit Freunden zum Kaffee. Ich treffe mich mit Freunden zum Kaffee. Ich treffe mich mit Freunden zum Kaffee. Ich gehe zum Markt, um frische Blumen zu kaufen. Ich gehe zum Markt, um frische Blumen zu kaufen. Ich meditiere jeden Morgen. Ich meditiere jeden Morgen. Ich bereite mich auf Prüfungen vor. Ich bereite mich auf Prüfungen vor. Ich schreibe E-Mails an Freunde im Ausland. Ich schreibe E-Mails an Freunde im Ausland. Ich schreibe E-Mails an Freunde im Ausland. Ich spiele Schach mit meinem Bruder. Ich spiele Schach mit meinem Bruder. Ich gehe zum Arzt für einen Check-up. 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 Ich sortiere meine Kleidung im Schrank. Ich sortiere meine Kleidung im Schrank. Ich sortiere meine Kleidung im Schrank. Ich arbeite an Projekten für die Arbeit. Ich arbeite an Projekten für die Arbeit. Ich lese die Zeitung am Morgen. Ich lese die Zeitung am Morgen. Ich lese die Zeitung am Morgen. Ich besuche regelmäßig meine Familie. Ich besuche regelmäßig meine Familie. Ich bestelle Essen, wenn ich keine Zeit zum Kochen habe. Ich bestelle Essen, wenn ich keine Zeit zum Kochen habe. Ich bestelle Essen, wenn ich keine Zeit zum Kochen habe. Ich putze meine Schuhe vor dem Ausgehen. 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 Ich nehme Vitamine jeden Tag. Ich nehme Vitamine jeden Tag. Ich nehme Vitamine jeden Tag. Ich spiele Gitarre in meiner Freizeit. Ich spiele Gitarre in meiner Freizeit. Ich spiele Gitarre in meiner Freizeit. Ich lerne neue Rezepte zu kochen. Ich lerne neue Rezepte zu kochen. Ich lerne neue Rezepte zu kochen. Ich gehe zur Post, um Briefe zu versenden. 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 Ich besuche Kunstgalerien am Wochenende. Ich besuche Kunstgalerien am Wochenende. Ich besuche Kunstgalerien am Wochenende. Ich organisiere meine Dokumente im Büro. Ich organisiere meine Dokumente im Büro. Ich organisiere meine Dokumente im Büro. Ich trinke gerne Smoothies zum Frühstück. Ich trinke gerne Smoothies zum Frühstück. Ich trinke gerne Smoothies zum Frühstück. Ich gehe zum Friseur alle zwei Monate. 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 Ich putze die Fenster im Frühling. Ich putze die Fenster im Frühling. Ich putze die Fenster im Frühling. Ich schicke Postkarten an meine Freunde. 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 Ich repariere kleine Dinge im Haus selbst. 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 Ich nehme an Sportkursen teil. Ich nehme an Sportkursen teil. Ich nehme an Sportkursen teil. Ich gehe früh aus dem Haus, um den Bus zu nehmen. Ich gehe früh aus dem Haus, um den Bus zu nehmen. Ich gehe früh aus dem Haus, um den Bus zu nehmen. Ich telefoniere mit meinen Eltern jeden Tag. Ich telefoniere mit meinen Eltern jeden Tag. Ich telefoniere mit meinen Eltern jeden Tag. Ich koche Suppe, wenn es kalt ist. Ich koche Suppe, wenn es kalt ist. Ich koche Suppe, wenn es kalt ist. Ich lese Nachrichten auf meinem Handy. Ich lese Nachrichten auf meinem Handy. Ich lese Nachrichten auf meinem Handy. Ich mache einen Spaziergang nach dem Abendessen. Ich mache einen Spaziergang nach dem Abendessen. Ich mache einen Spaziergang nach dem Abendessen. Ich kaufe Obst und Gemüse auf dem Markt. 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 Ich lade Fotos auf sozialen Medien hoch. 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 Ich besuche Museen in meiner Stadt. Ich lade Fotos auf sozialen Medien hoch. Ich ladeええ Shake psych idea depuis keinem ATP. Ich leade Fotos auf sozial sie know-ised помoston. Ich lade Fotos auf sozialen Medien hoch. Ich lade Fotos auf soziale Medien hoch. Ich besuche Museen in meiner Stadt. Ich besuche Museen in meiner Stadt. Ich besuche Museen in meiner Stadt. Ich schreibe Briefe an meine Großeltern. Ich schreibe Briefe an meine Großeltern. Ich bringe mein Auto zur Werkstatt. Ich bringe mein Auto zur Werkstatt. Ich bringe mein Auto zur Werkstatt. Ich mache jeden Tag mein Bett. Ich mache jeden Tag mein Bett. Ich mache jeden Tag mein Bett. Ich übe Klavier am Nachmittag. Ich übe Klavier am Nachmittag. Ich übe Klavier am Nachmittag. Ich plane meinen Urlaub für den Sommer. Ich plane meinen Urlaub für den Sommer. Ich plane meinen Urlaub für den Sommer. Ich gehe zum Zahnarzt für eine Kontrolle. Ich gehe zum Zahnarzt für eine Kontrolle. Ich gehe zum Zahnarzt für eine Kontrolle. Ich sammle Rezepte aus Zeitschriften. Ich sammle Rezepte aus Zeitschriften. Ich spreche mit meinen Nachbarn. Ich spreche mit meinen Nachbarn. Ich spreche mit meinen Nachbarn. Ich mache Online-Einkäufe. 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 Ich gehe zum Yoga-Kurs am Abend. 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 Ich koche Pasta für meine Familie. Ich koche Pasta für meine Familie. Ich koche Pasta für meine Familie. Ich nehme an einem Buch-Club teil. 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 Ich sehe mir Dokumentationen an. Ich sehe mir Dokumentationen an. Ich sehe mir Dokumentationen an. Ich besuche Konzerte in meiner Freizeit. Ich besuche Konzerte in meiner Freizeit. Ich besuche Konzerte in meiner Freizeit. Ich schreibe Gedichte als Hobby. Ich schreibe Gedichte als Hobby. Ich schreibe Gedichte als Hobby. Ich male Bilder am Wochenende. Ich male Bilder am Wochenende. Ich male Bilder am Wochenende. Ich gehe mit meinem Hund Gassi. 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 Ich lerne eine neue Sprache. Ich lerne eine neue Sprache. Ich lerne eine neue Sprache. Ich organisiere Partys für Freunde. 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 Ich arbeite im Garten im Frühling. Ich arbeite im Garten im Frühling. Ich trinke Kaffee mit meinen Kollegen. Ich trinke Kaffee mit meinen Kollegen. Ich lese Kinderbücher mit meinen Kindern. 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 Ich putze das Bad am Samstag. Ich lese Kinderbücher mit meinen Kindern. Ich lese Kinderbücher mit meinen Kindern. Ich gehe zum Schwimmen ins Hallenbad. Ich gehe zum Schwimmen ins Hallenbad. Ich schreibe meine To-Do-Liste für den Tag. Ich schreibe meine To-Do-Liste für den Tag. Ich schreibe meine To-Do-Liste für den Tag. Ich gehe in die Bibliothek, um Bücher auszuleihen. Ich gehe in die Bibliothek, um Bücher auszuleihen. Ich gehe in die Bibliothek, um Bücher auszuleihen. Ich besuche meine Eltern jeden Sonntag. Ich besuche meine Eltern jeden Sonntag. Ich besuche meine Eltern jeden Sonntag. Ich nehme an Online-Kursen teil. Ich nehme an Online-Kursen teil. Ich nehme an Online-Kursen teil. Ich backe Brot zu Hause. Ich backe Brot zu Hause. Ich backe Brot zu Hause. Ich kaufe neue Pflanzen für den Garten. Ich kaufe neue Pflanzen für den Garten. Ich kaufe neue Pflanzen für den Garten. Ich mache Fotos von der Natur. Ich mache Fotos von der Natur. Ich treffe mich mit Freunden zum Kaffee. Ich treffe mich mit Freunden zum Kaffee. Ich treffe mich mit Freunden zum Kaffee. Ich gehe zum Markt, um frische Blumen zu kaufen. Ich gehe zum Markt, um frische Blumen zu kaufen. Ich gehe zum Markt, um frische Blumen zu kaufen. Ich meditiere jeden Morgen. Ich meditiere jeden Morgen. Ich bereite mich auf Prüfungen vor. Ich bereite mich auf Prüfungen vor. Ich schreibe E-Mails an Freunde im Ausland. Ich schreibe E-Mails an Freunde im Ausland. Ich schreibe E-Mails an Freunde im Ausland. Ich spiele Schach mit meinem Bruder. Ich spiele Schach mit meinem Bruder. Ich gehe zum Arzt für einen Check-up. 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 Ich sortiere meine Kleidung im Schrank. 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 Ich arbeite an Projekten für die Arbeit. 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 Danke für deine Beater. Ich arbeite an Projekten für die Arbeit.